Guten Morgen zusammen, ihr wisst ja, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Wir quatschen auch nicht viel rum, wir gehen direkt rein und da sehen wir, richtig rote Jade ist wieder zurück. Habe ich auch schon Ewigkeiten in den Skin jetzt. Natürlich sind zwei Varianten, einmal die rote und einmal die blaue Variante. Dann haben wir den Bushranger. Der Bushranger hat ja auch vier verschiedene. Es ist immer blöd, dass man sich das nicht angucken kann, wenn man im Shop ist und den Skin schon besitzt. Aber es ist ein lustiger Skin, aber natürlich ist okay. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so ein Must-Have-Skin. Dann haben wir Honik Hacker drin, dann Schlörfbentine. Habe ich damals geschenkt bekommen, meine ich. Auf jeden Fall Grüße gehen raus, wie immer, wisst ihr. Dann die männliche Variante, Dr. Schlörfenstein. Dann die droppende Axt. Und Deadpire ist wieder mit drin. Und natürlich Dunkelsplitter darf natürlich auch nicht fehlen, aber auch in mehreren Varianten. So, des Weiteren. Jetzt kommen wir nämlich wieder zu den Emotes. Der Banker-Boogie. Dann haben wir Scorpion mit drin. Bärschi. Oldschool Elektroshuffle. Und die T-Pose. Die T-Pose sagt sogar mir noch was. Da habe ich mich damals schon gefragt. Wer kauft sich dieses Emote? Der stellt sich einfach hin und bewegt sich nicht. Dann gibt es ja nochmals Kaktus. Der ist aber auch schon gefühlt ewig nicht mehr im Shop gewesen. Und Show-Lean Setup. Das ist Setup. So, mehr neue Sachen haben wir eigentlich schon gar nicht mehr im Shop. Dann haben wir noch John Wick drin. Snake-Eyes, letzter Lacher-Paket. Und ihr seht schon, das neue Fortnite Crew-Paket ist quasi erwerbbar. Aber wenn ihr das tun wollt, dann würde ich gerne einen Creator-Code eintragen. Y&T-Family-Eyes. Und für alle Rettet die Welt-Fans. Es gibt heute eine V-Bucks-Mission. Und das ist auf Level 100. Und da gibt es 40 V-Bucks. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Und haut rein.